Hallo zusammen, da ist X19. Ähm, nur ganz kurz, ich habe etwas entdeckt, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Ähm, ja, ich bin gerade am Lava holen gewesen. Hm, wo ist jetzt mein Bullet? Irgendwo noch ein Bullet, egal, habe ich vielleicht gegessen. Auf jeden Fall bin ich hier in einer wunderbaren Höhle, sehr anmutig, bin ich hier hochgestiegen. Jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen. Ich habe die noch nie gesehen, ich habe noch nie Spinnennetz gesehen. Und ich habe gerade keine Ahnung, was das da ist. Also ich habe vorher schon auf Acker gesetzt gehabt. Und da habe ich gefunden, ey, nein, das nehmen wir doch gerade auf. Das ist von mir nichts Fressen für meine Einschauer. Yo, was ist das? Ich glaube, jetzt habe ich mal gesehen, wenn man da reinkumpelt, wird man längsamer. Also ich gehe jetzt ganz langsam wieder runter. Ich weiss nicht, ob man diese mitnehmen kann. Ich glaube es zwar eher nicht. Ah doch, schau, jetzt geht etwas kaputt. Ich weiss zwar nicht, ob mit Schaufeln oder mit Pickel. Ich probiere jetzt mal einmal Schaufeln und einmal Pickel. Ich glaube zwar nicht, dass man sie mitnehmen kann. Und so stabile Spinnennetz habe ich also noch nie gesehen. Hä? Okay, man kann es nicht mitnehmen. Sorry. Ja, easy ist. Ich glaube, das geht nicht, hä? Was meint ihr? Ich habe gemeint, die können wir nur mit so einem Item-Mod oder so bekommen. Ich habe nicht gewusst, dass das die gibt, ey. Okay. Komm schon. Ah, gerade wirklich nicht. Okay, ja. Ja cool, dann gehen wir doch da mal den Gang. Hm? Da hat es einfach Fackeln, aber ich bin noch nie da gewesen. Ich schwöre es euch, also echt. Hä, eine Mine. Oh, dort ist, dort seht ihr ein Spanner? Ja, also ich sehe ihn schon von Weitem. Hey, aber ich finde es ein wenig gefährlich da, Leute. Ich finde es echt gefährlich da. Ich bin noch im TS gleichzeitig mit einem Kollegen, den ich eigentlich wahr do finde. Ich wollte nur rasch Minecraft spielen und dann sowas, ey. Und dann... Nein! Oh, die... Mach mir nicht meine schönen Mine kaputt. Aha. Du kommst auch nicht vorbei, ja. Leck! Leck! Also ich verpisse mich noch mal kurz. Mach eine ganz kurze Aufnahmepause. Aber das will ich sehen, was es da noch gibt, ey. Das ist ja wie ein Thief. Also, ganz kurz bis nach... So. Also, kann man noch... Muss man noch frisches Bier nachher holen. Weil... Ja, darum, schaut es an, Mann. Ich habe davon gelesen, dass es irgendwelche Mine nicht gibt und so, aber äh... wirklich eine gesehen habe ich nicht. Also, da könnte es natürlich überall oben runtergehen, he. Und ich renne jetzt einfach mal dahin und mache da mal ein bisschen... Gibt es Creeper Spawners? Nein, da habe ich nicht gemeint. Ja, ja. Ich weiss, ihr kommt da drüber, aber äh... Ich bin noch am Beobachten. Ist das überhaupt ein Spawner? Ja, ich mache jetzt einfach mal zu. Es ist mir too dangerous und ich komme wahrscheinlich auf einen anderen Weg wieder hin. Dann rühren wir noch etwas weg. Ja, das Ei. Weil ich würde gerne diese Schiene mitnehmen. Gratisschiene. Also, Schiene für Lao. Warum nicht? He? Warum nicht? Da ist es noch ein bisschen... Ah! Die Stücke nerven mich gerade ein bisschen. Voll genial. Da kommt eine billige Schiene herüber, he. Ich könnte natürlich auch gerade die Mine brauchen für mich. Ja, wo gehen wir durch? Hey, das ist jetzt so viel Weg. Ich weiss gar nicht, wo ich durch soll. Und ich habe immer Angst, dass mir irgendein Creeper auf den Tötz geht oder so. Oder so ein Skelett da hinten vorne schaut. Ja, da ist die Sperre. Cool. Ja, komm doch. Oh, dort geht es noch weiter. Boom. Ja. Nein, ich sitze im Spinnennetz rein. Lässig. Du Sack. Auf! Das Verwirrend ist eben auch, welches sind meine Fakten? Welches sind diese Fakten von den Zwergen oder Spinnen, die da sind. Ging und Gold holen. LAGGOMIO. Ziehnt euch das rein! Ziehnt euch das mal rein! Hey, ich wollte gar nicht aufnehmen! Ah, und Scheisse, ja gut, ich schneide sie halt wieder so zusammen. Ja, hey, ich bin da gewesen, schau mal. Nein, ich bin natürlich nicht da gewesen. Wieso habe ich so viele Zeug dabei, Gottfriedli? Eilfackel, weg damit. Braucht man nicht, so, ich setze hier eine Fackel und nehme die wieder mit. So, gut. Hey, ich wollte echt nicht aufnehmen. Und eben, ich sage es euch gerade jetzt nochmal, YouTube hat mich gar nicht mehr gerne. Ich habe zwei Folgen nachgeladen, dann lösche ich die bei mir immer wieder. Ich weiss, man sollte es nicht, weil der Channel gesperrt werden könnte oder so. Aber ich habe keinen Platz auf meinem Dings, ich habe kein Geld im Moment für eine externe HD. Das Sprengpulver würde ich auch noch gerne. Scheisse auf das, Scheisse auf das. Ja, Sprengpulver will ich. Scheisse, ey. Scheisse, das ist schon die nächste Kiste. Ey, das ist unglaublich da unten. Haben Sie schon mal sowas gesehen? Haben Sie schon mal? Ach du Kacke. Ach du Kacke, da hinten sehe ich schon wieder eine Kiste. Okay, also, Erde brauche ich noch. Für was? Seht ihr denn? Das will ich im Moment nicht. Ich will... Oh, fuck. Ich bin völlig begeistert. Ja, far isch ja. Oh, ich hatte... Hey, naa. Hey, naa. Ist ja selten, dass man alles kann aus einer Kiste brauchen, hm? Hey, naa. I'm so excited. Da geht es immer noch weiter. Schau, da sind immer noch Teile von der Mine. Die Sechen sind bis da vorne gewesen. Und ich frage mich jetzt, ist das einer von mir? Ich glaube, sieben nicht. Das waren die Andermans. Gut, dorthin geht es meiner Meinung nach nicht weiter. Ich habe elf. Ja, da kann man noch ein paar mitnehmen. Sehr schön. Ey, die Härte. Hier kommt die Glocke wieder. Moment, geschwind. So, gerade wieder da. Ich habe noch nie so schnell mein Fenster zugemacht. Es war schnell wie der Blitz gewesen, wie der Gordon Flash. Ja, die holen wir nachher, wenn ich dort oben durchlaufe. Hey, naa. Dort oben steht noch ein Zombie. Schau mal. Hi, Zombie. Also, wo ist die an der Kiste gewesen? Komm, komm, doch oben runter. Das wäre recht funny. Da bin ich. Spielverderber, he. So geil. Gratis sind. Ey, ich habe es echt nicht gewusst. Ich bin immer noch. Oh, und da muss man einfach aufpassen, he. Da kommst du nicht hinterher. Egal, wir müssen ja nicht alles sehen. Es gibt zu viel zum sehen. Oh, ich bin jetzt da ein Creeper gewesen. Ich sage es so, wenn ich da stirbe, ich finde mein Zeug echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo ich da überall durch bin. Ich bin einfach in eine Höhle. Mit dem Vorsatz. Ich gehe jetzt Lava suchen. Ja, Lava habe ich gefunden. Und dann bin ich einfach da hinein gehackt. Äh, kommt das gut? Nein, ich habe es gedacht. Es sei. Das Wasser hat gerade noch die Schine weggeschwemmt. Ich bin total verwirrt jetzt schon. Wo bin ich? Wo sind die Zombies? Wo? Wo ist mein Zuhause? Nein, ich weiss schon, wo ich bin. Ungefähr. Also, nicht genau. Aber, äh. Ich war ja auf dem Weg, um die Kiste dort zu holen. Aber ich habe tierisch Angst, dass da irgendwo ein Creeper lurt. Weil verrecken will. Weil ich echt nicht. Hm. Was hat es eigentlich in dieser Kiste drin? Und gratis Schine. Wisset ihr noch, wo ich... Ja, die sind nicht dabei gewesen, aber... Wo ich mal gewesen bin... Ah, so. Wo ich mal gewesen bin, ich gehe Eisen holen. Extra für die Schine. Und jetzt gibt es einfach Minen, wo man es gratis abstauben kann. Also, ich glaube, da bin ich vorher runtergefallen gewesen. Das habe ich jetzt zugemacht. Zuerst. Und runter kann man immer noch runterfallen. Egal. So, Dreckes Wasser. Hör auf, fliessen. Gut. Ist jetzt seit einem Töckl rumgelaufen? Weiss es nicht. Ich kumpe, glaube ich. Nicht runter, sondern da drüben. Hohle mir noch die Schine. Und dann gehe ich nochmal runter. Gäu mal schauen. Ey. Ich sage so, Ideen Minen. Einfach so eine alte Zwerge-Mine. Also, ich stelle mir jetzt vor, das ist... Da ist der Gimli mit seinen... Seinen Frauen. Da ist er rumgestrahlt. Hat so seine Schätze gezeigt. Und hat gesagt, Ja, schau. Wenn ihr mich nehmt, dann könnt ihr euch alles gehören. Und die... Zwergefrauen sind auch nicht so cool, die sprechen auf nur Stein. Weiss, die haben auch gerne ein bisschen Schmuck. Und hat die Gimli einfach nicht gehabt. Und darum ist er auch als einziger Zwerg gestorben. Und hat das ganze Volk ausgerottet, weil er einfach nicht mit Frauen umgehen kann, dass ich... Ja, ist ja so. Lass jetzt nach. Und erzähl nicht nur Scheisse. Aber viel. So. Ach Mist, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte einfach ein Glock weniger sollen. Ich möchte mal das nämlich testen. Wenn wir da... Oh, da geht es wieder weiter. Ich hätte eigentlich mal einen Dreigumpen testen wollen. Plupp. Also man kann sich praktisch nicht bewegen. Ich laufe jetzt vorne. Und sinken gleichzeitig runter. Wegen dem Spinnenwitz. Uah. Jetzt sehe ich noch mehr Spinnen. Ja, komm. Komm, Spidey. Ui, was bist du für eine Spinnen? Ui, was bist du für eine Spinnen? Eine schwarze Witwe. Ui, bist du schnell? Ich habe nicht gewusst, dass es neue Spinnen gibt. Echt nicht. Dort sitze ich noch mal alleine. Ich sehe ein Beinchen. Ich sehe ein Beinchen. Ich sehe ein Beinchen. Haha. Durch das Holz durch. Ich habe es fertig gemacht. Oh nein, Wasser. Ehh, nein. Aber schau dir doch mal das Verwirrheit-Ding an. Ich glaube, ich könnte da noch drei... Ui, der hat nicht gekämpft. Ui, der hat gerade in meinen Ohren nicht geschnuppt. Im Fall, ich sage es so. Da tauchen wir mal runter. Sofern es da nicht weitergeht. Ja, ich werde nicht. Ah, komm schon. Da kommt mal runter, der Chuck Norris. Hm. Dort ist ein Vanilla-Lava. Ah hoi, da bist du ja. Geht es noch weiter? Oh nein, ich glaube, das ist es. Dort geht es noch ein bisschen weiter. Ja, komm, du siehst mich nicht. Komm doch einfach in den Tod. Wären wir alle ein bisschen früher. So. Gehen wir doch da mal noch rüber. Ehh, aber zu geil. Eben, ich habe nur gesehen, jetzt hat es ein paar neue Folgen von den Swiss Let's Players. Ich habe die mal angeschaut. Ich hatte dann Lust, um während sie erzählen, da ein bisschen weiterzumachen. Und habe einfach das entdeckt. Einfach so ein scheiss Glück, das ich wieder hatte. Ne?